um das waren Sticky's oder Bretter drumherum und ich wiss nicht mehr was in der Mitte war ich kann's dir nicht mehr sagen Quatsch 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 Durfte gerade so reichen, genau Ich werde jetzt umziehen Du wirst jetzt was? Umziehen Nicht mich umziehen, sondern mit dem Haus umziehen, also sprich ich ziehe jetzt in mein Haus ein Ah, das ist schon mein bestes Bild Übernehmen dich mal Was? Nee Nein M-m-m 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 Oh, warum hab ich das Bild nicht einfach gelassen? M-m-m Ich weiß nicht Nein Ich sehe, ich sehe Ich sehe, ich sehe Ich sehe, ich sehe Moment, dann Ja! Jaa, das ist sick ich bin nur gerade dabei meine sachen einzusortieren darum bin ich ein bisschen stiller also kisten zu bauen und sachen weg sortieren und so du hast es schon mal drei gebunden Leder ist doch schon mal was es fehlen ohne Ende ja nun nennt auch nicht irgendwann ist es auch zu ende aber da gibt es reichelich sagen wir so, fast ohne Ende kann man so vor allen Dingen sehen also wenn du Birkenholz brauchst nimm dir, bedien dich, wir haben reichelich hast du Spinnfäden zum verkaufen? zum verkaufen ich wollte es nicht, ich wollte irgendwie verstanden, als ich sagen wollte kannst du mir Spinnfäden geben oder was? wieviel brauchst du? wieviel wie du hast wieviel habe ich denn? hier sind schon mal keine äh, hier, komm her wenn du mir versprichst, wenn du deinen großen Rucksack hast, dass ich dann auch welche kriege und mir auch einen machen kann hast du den großen Rucksack? ja weil bis jetzt habe ich ja auch nur einen kleinen ja, den hätte ich ja dann auch dafür verkauft hä? und hier jetzt den kleinen noch gegeben dazu ah ich glaube es reicht erstmal nur für einen naja, ist schon ok mach mal machst du ist schon alles schick ich brauch noch 3 3 gemunden Leder brauch ich noch naja mach mal also weil ich hier auch einen machen kann, mach ich ja stressfrei mach du mal in Ruhe und dann ist gut ich muss noch ausführen ich muss noch ausführen ich guck mich ich guck mich mal in Ruhe8 was war das? jenes einer carpenter ja, was war das? beim rucksack dein rucksack mal danke, warum? ein kleiner rucksack war das dein kleiner sack, aber du hast da gar keinen großen ja, aber erstmal als Spende sodass auf telefone dafür erstmal also damit du noch mehr Platz hast das war jetzt kein großer aber naja zwei Kleider müssten ja eigentlich so wie ein großer sein das ist schon sehr gut den muss man erstmal haben ja ich hab noch 50 Leder ein bisschen kann ich doch machen gut ein paar große Rucksäcke kann ich noch machen und ein paar Bücher und ein paar kleine ein paar große und ein paar kleine Rucksäcke wieso hab ich eigentlich einen Bogen ich glaub ich hab von einem Skelett einen Bogen gekriegt du Horst me ne Horst mich nicht ähm ja oh je genau ne ich muss jetzt weil ich hatte mein Bett abgebaut um ah da kann man sagen ist worden ja ich bin ich gerne ähnlich verbrennen nicht ne stört störtlich in der Erfahrung haben und ich bin auch noch mal das muss ich dir ich meine Halbbarkeit nicht richtig das soll mo das ist eine die 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 in hama hama was hat man schwer verweckt in der Schöpfung der Schmieden in der Erfahrung Nehmer und Neboschmerz machte ich bin der 34 ich auch nicht die Menschen gehen natürlich in Brot und der Gehörerung natürlich nun und die Munde stehen schießt und keine Wörter der Slime hängt er ja immer noch im Wasser fest da, hier ist er, ich konnte ihn übersehen PAM meine Scheiss Spinner und noch ein fahren Warte, du lässt noch ein fahren? ich hab noch ein fahren lassen na, Hammer Gott, der Arme Slime, ne im Wasser fest ich muss auch irgendwann auch mal drauf gehen, ey äh, stirb mo, wollte ich eigentlich nicht, Hammer muss die Großen hier sein ja er nimmt erstmal ein Schleim maß na, völlig wer kann, der kann, ne ja oh, lol, alter, mach nicht schau'n wer da ist ja die Klinge auch gleich stimmig, weil sie unter Wasser sind und da kriegen sie schon Schaden so, ich muss nur die kleinen Ämmer hauen hier drunter ist irgendwo ne Höhle, hier klappert ein Skelett sag, vielleicht fucking da auch hier klappert nicht die Mülle am Rauschen im Bach, sondern ein Skelett was wer klappert? ich bin noch nicht so alt ich bin noch nicht so alt ich bin noch nicht so alt ich hab so einfach gehört ach, hier ist so eine Wassersöhle ah, ja hier ist es auch sogar noch Eisen, aber ah, hier ist es sogar noch Eisen, aber so, was tot 1,2. ein Sön, nimmer einmal ja, den kennt man auch vorher meine Eisen, meine, meine, meine meine, meine meine ich komme wieder mit Eisen holen, aber wo ist denn mit Eisen hin? öh, ja, welches denn? oder wie war das? ach, da ist ja noch so ein klein ach ne sag kaputt, kaputt, kaputt und wieder leicht verdienter, aber weißt du, du hättest aber relativ, ja du hättest aber auch in deinem Rucksack mal mal drin lassen können, weißt du, ehrlich ey öhm, weißt du, nur ich jetzt vielleicht eine Viechia war, damit es nicht dub mehr 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 Vielen Dank.